Musik Einen wunderschönen guten Tag liebe Leute und willkommen heute wieder zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Dragon Ich bin's wieder, euer Larsihasi Spasi und willkommen heute wieder zurück zu einer weiteren wundervollen Lesestunde mit Lars Ja, so sieht's nämlich ja aus heute, ich hoffe mal euch geht's gut meine Damen und Herren Wir haben heute ganz ganz viele spezielle Dinge vor, unter anderem wollte ich erst nochmal kurz etwas gleich nachlesen Moment und zwar und zwar und zwar haben wir hier nämlich unsere wundervollen Quests, liebe Leute, ja Wir haben ja hier, töte einen Mitspieler mit einer Falle etc. pp, trolle bei dem Mitspieler, finde ich da etwas, was einer deiner Mitspieler liebt Dazu möchte ich gleich nochmal was sagen, ähm, brich bei einem Mitspieler ein und beklau ihn und so weiter und so fort Also wir haben jetzt hier schon so ziemlich einige Quests hier erledigt, also ähm, erreichen Level 10 in mindestens 5 Bereichen Das können wir denke ich mal so im Livestream oder sowas in den nächsten Tagen in Angriff nehmen oder sowas Wer Bock auf ein Livestream hat, Leute, schreibt doch mal einfach unten ein, ähm, Kaka-Emoji Ja, machen wir einfach, wer Bock auf ein Livestream hat, macht einfach mal so einen Haufen Kaka-Emoji Einfach in die Kommentare, Leute, das wäre mega lustig Ähm, was noch, was noch, was noch, besitzt einen 4x4 großen Chunk Ähm, das können wir nämlich auch theoretischerweise gleich machen, liebe Leute Ähm, schaltet Pauls Evolution frei Keine Ahnung, Leute, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie eine Ahnung habt, was die Evolution sein könnte von Paul Also es meinten einige Leute, dass er irgendwie ein Staubsauger wird oder irgendwie sowas Das wäre halt schon echt lustig, ne Äh, entdecke ein Wüstenbiom Dieses, äh, diese Quest hier Gibt uns 5 Punkte irgendwie, aber Keine Ahnung, wo ein Wüstenbiom ist Ja, können wir eigentlich auch mal in der nächsten Zeit mal schauen Dass wir eventuell einen Wüsten, ein Wüstenbiom finden, meine Damen und Herren Finde eine Kristallhöhle, töte 50 Spinnen Das ist ja eigentlich alles noch recht einfach zu machen Baue 50 Diamantenerz ab Können wir eigentlich auch noch theoretischerweise in der nächsten Zeit machen Gut, gut, gut Aber, ähm, so wie es aussieht, ist es im Jahr schon ziemlich weit Und das da Diese Quest, Leute Diese Quest ist die allerschlimmste Quest von allen Ich angle einen sehr seltenen Gegenstand Einen sehr seltenen Gegenstand Leute, ich kann nicht mehr diese Quest Die macht mich einfach absolut kirren noch mittlerweile, wirklich Ich hab ja in der letzten Folge versucht, die ganze Zeit irgendwie angeln zu gehen oder sowas Na, aber es hat einfach nicht geklappt Leute, ich hab wirklich alles Mögliche probiert Ich hab hier Luck of Sea irgendwie auf der Angel gehabt Und, äh, keine Ahnung Es meinten ja auch einige Leute zu mir, dass ich irgendwie so, ähm, falsch geangelt hätte Oder ich hab die Angel falsch gehalten oder das Wetter war halt irgendwie nicht so gut Oh, da ist eine Kiste Hallo Kiste Oh, ich kann mir schon, glaube ich, ein bisschen denken, was dann hätte eventuell drinnen stehen können Oder sonstiges Ähm, genau So sieht das halt hier heute aus Anzeige Bei Chaos Law 44 Okay, lesen wir uns das mal hier ein bisschen genauer durch, was hier drinnen steht Hallo Herr Richter, Lars oder so Ich möchte Ihnen gerne eine Anzeige erstatten Wegen Sachbeschädigung und Verunstaltung Der Täter bzw. der Schuldige ist Herr Arazun-HD Punkt Okay Meine Beweise sind Meine Beweise sind die mutwillig rufschädigenden Bemalungen der Dr. Saftu Seelsorge Welche sich im Zentrum befindet Ah ja, das hab ich auch schon gesehen Da hat er irgendwie so ein Schnurrbart hingemalt Also es war anscheinend Roman Ich fordere 20 Diamanten als Schadensersatz Und eine schriftliche Entschuldigung Mit freundlichen Grüßen Chaos Law 44 Ähm, lieber Chaos Law 44 Ich muss mich da irgendwann anders mal drum kümmern Ähm, weil jetzt hab ich gerade keine Zeit Weil ich nämlich gerade ein bisschen selbst ein bisschen so Ja, ein bisschen im Trouble bin mit den guten alten Chaos Law 44 Ihr wisst schon, warum Ihr wisst schon, was ich meine Aber wo ist eigentlich Paul Paul Lenski Paul Hallo Paul Wo bist du Paul Hello Hello Paul Ähm, übrigens Leute Dieses Ding in Stars weg Da, wo man halt diesen, äh Diesen Kernstein draufgelegt hat Von Event Das ist irgendwie verschwunden Ich weiß auch nicht, wo das hin ist Ähm Genau Dementsprechend wollte ich jetzt erstmal kurz hier zu mir gehen, Leute Weil ich nämlich noch was ganz, ganz Cooles hier vorbereitet hatte Unter anderem wollte ich euch noch mal was Cooles zeigen Hallo, lieber Paul Lenski Wie geht es dir heute? Geht es dir heute sehr gut? Das freut mich natürlich Bewehe Er hat sich einfach nicht bewegt Geht sie gut? Paul, du siehst heute sehr Du siehst heute ein bisschen verpeilt aus Bist du ein bisschen verpeilt heute? Ist okay Ist okay Alles wird gut Ähm, ich möchte auf jeden Fall, ähm Heute noch diese Quest hier erledigen Mit dem Äh Hä? Warst du das? Paul, warst du das? Sag mir bitte, dass du das warst Hör auf Warst du das? Du warst es nicht? Oh oh Ich glaube schon Ich glaube Ich glaube, ich weiß, wer es war Weil, Leute Wir haben ja in der letzten Folge Haben wir ja diesen kleinen, ähm Diese kleine Quest hier erledigt Sag ich mir einfach hier Moment, die kann ich mal kurz nochmal zeigen Äh, was war das hier? Das wollte ich eben nicht Ich möchte mich nochmal dazu was erzählen Äh, vernichte etwas, was einer deiner Mitspieler liebt Ja Hat mir einen Punkt gegeben Übrigens Aber den ganzen Ärger, den ich dadurch hatte Das hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt Aber What the Holy Capoli Schrab Ja Alter, hab ich da ein Popel in der Nase Lol Ähm Paul, du kannst mir mal Guter Gute Hand Hier, äh Helfen Du kannst mal das Gesicht da oben abmachen Und Leute Okay Also ich sehe schon, was hier passiert ist Okay Ich wurde gegrieft Okay Okay, 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 okay Ja gut Also irgendwo ist es auch noch verständlich Dass Flo da drauf so reagiert Aber Alter Hab gehört Du spielst gern mit Feuer Typen Typ ohne Dias Da muss ich jetzt mal lachen Weil das schon irgendwie Ah Aua Weil das schon irgendwie lustig ist Hier mit dem ganzen Aber Wie können wir die Dias Wie können wir hier die Da Okay, wir können das hier so ein bisschen abbauen Und Leute Also ich hab ja in der letzten Folge Hab ich ja Flo seine Emeralds geklaut Und seine Diamanten Und hab die halt verbrannt Aber es gab so viele Die das einfach nicht verstanden hatten Dass das einfach eine Quest ist, Leute Was soll ich anderes tun? Hätte ich jetzt beispielsweise Ähm Sein Haus angezündet Oder irgendwie sowas Dann hätten die Leute gesagt Oh Lars Das kannst du doch nicht machen Das ist viel zu brutal Aber keine Ahnung Was hätte ich denn sonst tun sollen? Hätte ich da irgendwie Sein Hätte ich irgendwas kaputt gemacht? Dann hättet ihr gesagt Das wäre viel zu brutal Und hätte ich Keine Ahnung Irgendwas anderes gemacht Hättet ihr auch gesagt Das kannst du nicht machen, Lars Das ist das viel zu brutal Aber Leute Das ist die Quest Die Quest ist so brutal Wir sollen Darum geht's ja auch Das ist die Quest Dass die so brutal ist Ich möchte mich jetzt nicht Darüber aufregen Für die Leute, die es verstanden haben Haben es verstanden Für die Leute, die es nicht verstanden haben Für die tut es mir einfach nur leid Ähm Aua, au Oh mein Gott Ah, ich brenne Paul, lösch mich Oh, 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 oh Oh, oh, oh Dankeschön Warte Ich brauche irgendwie Wasser Hast du einen Wassereimer zufällig da Oder sowas in der Art Ähm Wir müssen halt jetzt irgendwie schauen Dass wir das Ganze hier so ein bisschen Abkühlen Das ganze Feuer hier Wenn du versteht, was ich meine Aber äh Ist schon echt krass, Leute Also ich muss wirklich sagen Es gab sehr, sehr viele Leute Die es jetzt nicht unbedingt verstanden hatten Aber es Keine Ahnung Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll Ich bin ehrlich Ich bin ehrlich mit euch, Leute Ich gebe es eigentlich Ich gebe es eigentlich so ziemlich auf Weil ich einfach glaube Dass es manche einfach nicht verstehen werden Dass die Quest halt einfach so ist Dass es halt einfach so gemacht werden soll Äh Dankeschön, Paul Dankeschön Ich habe jetzt gerade meine Rüstung angezogen Also ich denke mal Das sollte jetzt eigentlich hinhauen Aber was du machen kannst Ist eigentlich gerade mal Hier diese ganzen Slime-Blöcke Wieder durch Dirt austauschen Damit wir das ja heute nochmal von der Bühne bekommen Ne, das Ganze Oh mein Gott Was hast du getan? Du hast das Bild einfach noch Zehntausendmal größer gemacht Alter Junge Was ist denn das? Sollen das irgendwie Ach, das sollen irgendwie so Teufelshörner sein Und dann habe ich so einen grünen Po Alter, mein Mund Das fällt mir jetzt erst auf Irgendwie so einen diabolischen Bart habe ich Und dann so den Mund Nach unten Das sieht so schlimm aus, Alter Sieht richtig, richtig schlimm aus Egal, egal, egal So, aber ich muss trotzdem sagen Leute, wir haben unsere Quests Auf jeden Fall in der letzten Folge erfüllt Das war auf jeden Fall sehr, sehr gut Ähm, haben jetzt hier auch Unsere Slime-Girl wieder zurückgeholt Was ich auch nicht verstanden hatte War, ja, äh Warum ich das Slime-Girl wieder geklaut hätte Weil Slime ja verliebt ist in Slime-Girl Und sowas Und Leute Ist doch komplett egal Ich meine, das ist mein Slime-Girl Und Flo hatte mir geklaut Aber da hat keiner was gesagt Dann dazu, ne Aber als ich dann Flo seine Dias genommen habe Da ist es auf einmal wieder schlimm gewesen Egal, ich will mich darüber nicht aufregen Ich sag's nur Für die Leute, die es verstanden haben Haben es verstanden Für den Rest tut's mir einfach leid Ähm So, jetzt müssen wir hier halt ein bisschen gucken Dass wir das mal hier ein bisschen wegbekommen Liebe Leute Zack, einfach mal hier so reingeschwommen Einfach mal in die Lava Easy peasy lemon squeezy Das geht ja eigentlich so recht schnell Zack, 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 zack Ich frage mich auch Wann eigentlich das nächste, ähm Dingsbums hier kommen sollte Das nächste, ähm, Event Oh, ich hab ja Feuerresistenz bekommen Vielen Dank Ähm, ich frage mich Wann das nächste Event sein wird, Leute Ich bin wirklich gespannt Ich glaube War das nicht so Dass wir sogar in jedem Hubsala, das wollte ich jetzt nicht In jedem, ähm Dingsbums hier In jedem Zeitalter, glaube ich, ne Machen wir immer mal so ein neues Event Oder sowas, ne Also ist das nächste Dann im dritten Zeitalter Wie viele Quests haben wir eigentlich noch? Das würde ich mal kurz ausrechnen Moment, oder gerade mal zusammenzählen Eins Zwei, drei Vier, fünf Sechs Sieben, acht Neun Zehn Elf Stück Elf Quests noch Okay Elf Quests sind jetzt nicht mehr so Atemraum viele, ne Würde ich mal sagen Aber das sollten wir eigentlich auch so In der nächsten Zeit nochmal hinbekommen Nur die einzige Quest Die wirklich, wirklich schlimm ist Ist diese dumme Quest Mit dem Dingens hier Mit dem, äh, mit dem Angeln, ne Paul Wir müssen uns mal wirklich hinstellen Und ich glaube Wir müssen mal wirklich zusammen irgendwie Irgendwie mal zusammen angeln Oder sowas in der Art, ne Damit wir das halt hier so ein bisschen Berset hinbekommen Slime Girl können wir theoretischerweise Jetzt auch wieder spawnen Indem wir jetzt Oh Oh, da oben ist ja auch noch Lava Äh, Paul Kannst du zufällig da oben mal gerade Die Lava wegmachen Sonst, äh Sonst ist das hier ein klitzekleines Bisschen doof Warte mal Wir können mal gucken Ob wir das hier so Oh, da drüben Ah Slime Girl können wir jetzt eigentlich Hier oben stehen lassen Oh mein Gott, Alter Junge Alter, die explodiert ja richtig Wenn man hier mit der handelt Oh, man kann hier Ich hab 35 Oh mein Gott Oh mein Gott Junge, das ist voll die XP-Farm Junge Alter, das müssen wir jetzt mal ausprobieren Ah ne, das geht gar nicht Ähm Aber man kann hier das hier, oder? Ja Ja Junge Geil Rotten Flash Hä, aber warum geht's jetzt auf einmal nicht mehr? Ich weiß nicht warum Ah Jetzt können wir hier wieder Boom Junge, wie nice ist das denn bitte? Alter Da kriegt man ja richtig viele Trade XP-Points hier Das ist mega nice Das ist richtig, richtig nice Haben wir jetzt hier noch irgendwo Slimes? Ne, wir haben jetzt Aber wir haben hier eine Menge Dings Hier, eine Menge Rotten Flash Das können wir theoretischerweise einfach mal hier drin Ähm, für Dings umtauschen Können wir eigentlich hier Zack, boom, bam Da können wir hier so das da rein machen Ne, wenn ihr versteht, was ich meine So, hier das hier auch da rein Dann können wir eigentlich mal ein bisschen Leder damit craften, Leute Oder sowas in der Art Warte mal, wir können eigentlich So, zack Und Ja, wir haben jetzt auch nicht mehr wirklich Atemberaubend viel Kohle Aber Ist ja auch alles in Ordnung, ne? Äh, dementsprechend können wir jetzt eigentlich mal kurz in die Mitte gehen, Leute Weil ich hab hochgerechnet, wie viele Oh, dankeschön Äh, ich hab hochgerechnet, wie viele, ähm Chunks wir hier genau claimen können Und wie viele wir bis jetzt hier schon gedingst haben Also, wie viele wir geclaimed haben Kann man ja hier sehen Und zwar haben wir jetzt, äh, 4 7 10 13 Äh, 16 Und, äh 19 Stück haben wir jetzt, genau, oder? 16 plus 3 18 Äh, 17, 18 Oh ja, okay, genau Das sind 19 Stück Der, der hier fehlt uns noch Dann können wir das 4 mal 4, ähm, Dingsbums abhacken Das wäre ja dann hier so ein 4 mal 4 mal 4 mal 4, genau Und, äh, das werden wir jetzt auch tun, Leute Weil ich hab hochgerechnet Wir können sogar tatsächlich uns noch einen Chunk claimen Ähm, haben wir überhaupt noch was zu essen hier, Paul? Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm Wenn wir jetzt einen Fehler machen sollten Hier beim Chunk claimen oder sowas, Leute Könnt ihr mir das mal gerne in die Kommentare schreiben Aber ich glaube, ich hab das schon alles richtig hochgerechnet Aber falls ihr dann nochmal einen Flüchtigkeitsfehler entdeckt Oder sowas Lasst es mich doch gerne einfach mal in den Kommentaren wissen Weil mir kann sowas mal ab und zu passieren, Leute Weil wenn man so am Aufnehmen ist Warte mal, das hier können wir eigentlich immer gerade abmachen Äh, wenn man so am Aufnehmen ist oder sonstiges Dann achtet man halt auf irgendwie, ähm, nicht alles die ganze Zeit Weil man halt die ganze Zeit auch noch so ein bisschen konzentriert ist aufs, äh, Dingens hier Auf das Gameplay und sowas Und ich hab so stark das Gefühl, dass mir irgendwas geklaut wurde Aber ich muss wirklich sagen, Leute Es ist mir egal Weil das hier nämlich nur ein Projekt ist Und, äh, wir das ja auch gegenseitig dürfen und sowas Deswegen ist es mir eigentlich recht Jacke wie Hose, wie man so schön sagt Äh, fehlt hier, fehlt hier, fehlt hier, fehlt hier, fehlt hier, fehlt hier, fehlt hier Äh, ich brauch Dings hier Raw Beef, irgendwas zu essen Ich hab doch eben hier Raw Beef gesehen Da ist ein bisschen Raw Beef Aber ansonsten, äh, Chicken haben wir jetzt auch nochmal hier so Äh, guter Paul, du kannst eigentlich mal ein bisschen das Chicken, was wir hier noch drin haben Kannst du auch ein bisschen braten Das wäre auch ganz cool eigentlich, wenn du Chicken braten würdest Da haben wir noch eine Fishing Rod Und wo ist ja eigentlich die andere Fishing Rod, äh, ist ja auch egal Jetzt brauen wir jetzt sowieso nicht gerade Aber wir müssen mal gucken, dass wir in der nächsten Zeit mal irgendwie diese blöde, blöde AngelQuest hinbekommen, Leute Ich muss wirklich sagen, diese blöde AngelQuest Die verfolgt mich schon einfach so lange, ne, mittlerweile Also die AngelQuest haben wir ja jetzt schon Boah, ich weiß nicht, dass das, ich dachte eigentlich, dass das so eine ganz einfache Quest Aber einen sehr seltenen Gegenstand zu angeln Ist gar nicht so einfach, wie sie es anhört, ne So nebenbei, so nebenbei erwähnt Das ist echt gar nicht so einfach Ähm, wir können von hier aus direkt in die Mitte fliegen Das ist schon mal sehr, sehr gut Da ist das Event-Dings, da steht halt einfach immer noch der Kernblock drauf Und da ist auch das Graffiti, was hier der gute alte Flo gemeint hatte Hier nämlich, ähm, wegen dieser Dr. Saftu Seelsorge und sowas Und ich sehe gerade, da ist ein Pferd Ich habe keine Ahnung, wem dieses Pferd gehört Ich nehme an, das gehört irgendwie Roman oder sowas Da können wir mal gucken, dass wir das dem irgendwie wieder so in die Nähe von seinem Dings hier bringen Von seinem, ähm, von seinem Kopf Damit er weiß, nämlich so, ah, stimmt Ich hatte ja mal ein Pferd, ne Der hat es ja irgendwie vergessen oder sowas, ne, ich weiß auch nicht Äh, können wir eigentlich mal gerade hier so Hier einfach mal so hingestellt So, zack, bum, bam Alter, dem, sein Kopf sieht voll cool aus von innen Der ist irgendwie so dunkel, so, 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 keine Ahnung Dieses Lila und das Grün gefällt mir richtig gut hier drin Gut, ähm, wir können auch gerade mal, weil wir jetzt schon hier in der Mitte sind Können wir eigentlich echt mal diesen blöden Fels hier wegräumen, Leute Weil der ist jetzt einfach schon so lange da Dieser Felsen, der nervt mich schon die ganze Zeit Weil man immer da drum außen rum gehen muss und sowas Keine Ahnung, das ist halt einfach mega, mega nervig Gut, ähm, wir können jetzt hier uns erstmal diesen einen Chunk Warte mal, wir machen jetzt hier, warte, das waren einmal drei Äh, einmal ein Punkt, einmal drei Und dann können wir uns den hier kaufen Genau, zack, bum, Chunk gekauft Ähm, bereit fürs Event Wir können jetzt hier kurz drauf gehen, Leute Zack, bum, bam, zack, bum, bam, zack, bum, bam, zack, da Äh, und jetzt erstmal Äh Ja, nach Hause, genau Erstmal nach Hause und danach gehen wir zur Insel Weil ich wollte jetzt gerade zur Insel gehen Jetzt hier einmal, zack, den, äh, Claim Chunken, ganz genau, Lars, so sieht's nämlich aus Den Chunk Claimen, jetzt haben wir das vier mal vier Können jetzt theoretischerweise Sogar nochmal hingehen, Leute Und können uns die Quest hier, Moment, die Quest können wir jetzt eigentlich mal Hier, Kopf Die Quest können wir jetzt eigentlich theoretischerweise auch gerade hier abhacken Moment, die, ähm, entdecke ein, äh, oder mache ein vier mal vier mal vier Dingsbums Ne, 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 ne Äh, hier, besitze ein vier mal vier Großen Chunk So Und dann können wir jetzt hier nochmal fünf Punkte und nochmal neun kaufen Damit ist dann der Käse auch gegessen Können jetzt hier wieder zurück Äh, zu unserem Zuhause Zuhause Und können jetzt hier, upsala, jetzt backe ich hier ein bisschen rum Okay, okay Sieht gar nicht mal so schlicht aus hier, das Ganze Äh, nochmal einen neuen Chunk claimen Und zwar würde ich sogar fast sagen, dass wir Soll ich den hier Ja, wir claimen einfach mal den Dann gehen wir nämlich hier ein bisschen weiter hier hin Weil hier ist nämlich unser Zaun, Leute Und ich möchte, dass der Zaun auch geclaimt ist, damit da keiner mehr drankommen kann Wenn ihr versteht, was ich meine Oh, wir haben jetzt hier zweimal 64 Stacks, äh, gebratenes Chicken Das ist sehr, sehr gut Vielen Dank, lieber Paulinski Vielen, vielen Dank Ja, ja, vielen, vielen lieben Dank, lieber Paulinski Vielen, vielen Dank So, ähm, jetzt was ich zeigen wollte War nämlich auch was ganz, ganz cooles, Leute Und zwar, Moment, wir können einfach mal kurz hier hinter Ähm, ich hab nämlich auf der Insel ein bisschen weiter gebaut Hier ab zur Insel, genau, zack, bumm, bäm Hier auf der Insel hab ich ja, ähm, das letzte Mal auch die ganzen Dieses Pack-Opening von den ganzen, äh, wie heißen die Dinger nochmal Vögelnestern, Vogelnestern gemacht und sowas Ähm, war auf jeden Fall eine ganz, ganz interessante Sache Und ich hab jetzt hier auch dieses Gebäude weitergebaut Ich dachte, dass ich irgendwie hier so eine Art, ähm, Zentrum draus mache Also das hier soll dann irgendwie so das, äh, Dingsgebäude sein Hier so ein, so ein, ähm, ja, Rathaus oder sowas Das wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen schöner eingerichtet und sowas Eine Art Dann haben wir hier jetzt so lauter, gut, ich hab jetzt hier auch noch nicht weitergemacht Aber da werd ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit auch nochmal ein bisschen weitermachen oder sowas Leute, wenn ihr Bock auf ein Livestream habt, ihr wisst Bescheid Könnt ihr mir mal gerne unten in die Kommentare schreiben Und, ähm, so sieht das Ganze halt hier aus, Leute Ich bin wirklich gespannt, wie das hier noch so ein bisschen weitergehen wird Ähm, wir werden auf jeden Fall hier nochmal Wie so eine Art kleine Festung oder sowas Eine Art errichten und sowas Ich hoffe mal auch, dass tatsächlich, ähm, hier irgendwie dann auch nochmal Sonstige Dorfbewohner oder sowas Eine Art hierher kommen und so weiter und so fort So, also war auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Folge für heute In der nächsten Folge werden wir, denke ich mal Ein bisschen was umändern hier bei mir zu Hause Ich hab nämlich vorgehabt, ein bisschen hier so, ähm Ein bisschen Schwung in die Bude zu bekommen Also, ich wollte eigentlich so ein bisschen das Haus ein bisschen umbauen und so Vielleicht eine andere Tür rein Oder keine Ahnung was in der Art Oder hier oben vielleicht, oh, hier oben ist immer noch Lava Ähm, ja, die Lava mach ich jetzt dann wahrscheinlich weg Liebe Leute Und ich würd mal sagen, trotzdem Ich hoffe mal, dass das Ganze euch hier heute gefallen hat Äh, Paul, ich brauch deine Hilfe Hier ist immer noch Lava, komm schnell her Ähm, ich hoffe mal trotzdem, dass das Ganze euch heute gefallen hat Ich hoffe mal, wir sehen uns auch in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Minecraft to Dragon, liebe Leute Wir sehen uns auf jeden Fall Und haut da rein, Leute Tschüss 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 Tschüss